Und damit ein herzlich willkommen hier wieder zurück von unserem Kanal zu Sandy is home, wie der liebe Steve schon gerade fleißig vorsingt. Und wir lernen da gar nicht lange schnacken, sondern wir werden direkt spielen. Auf geht's! Let's do it! Mit Sandy is home. 25. 22. Heute. 2002. Vor 21 Jahren. 1 Uhr nachts. I'm coming! I'm coming! Wir spielen Arnold Schwarzenegger. Alles klar. It's too early for this. So! Okay. Oh, bitte, bitte. Bitte gib mir den richtigen Text dafür. Nee, leider gibt's keinen. Nein! Ja, Mama. Sandy kommt euer Haus. Oh, okay. And I saw him. He's going to bring me to a nice trip. Sandy was a present when he's come back. Yes, he's wisslist. Sandy says, Mama calls the Pulse. What? Guys. You will keep me forever. I'm so excited to be with Sandy. Do not worry, Mama. I will be back tomorrow. Ach, wir spielen. Wir sind ne Frau. Wir sind Zoe. Sorry. Den super natürlich nicht Arnold Schwarzenegger. Santa is always watching. Okay. Okay. Zoe? What is this? Here? Zoe? Ich bin mir tatsächlich noch nicht im klaren, sind wir da zu zweit in dem Raum, oder was? Ich glaube, wir sind alleine. Also, glaube ich. We follow this note first. Okay, wir sollen jetzt also dieser Notiz folgen. Cookies. Meine Wishlist. Wir müssen alles für Sandy vorbereiten, Alter. Zoe hieß früher Arnold, also passt schon. Das ist schön. Wir können sogar in Zoes Room. Ach, schön. Schön. Ach, ist das hübsch. Ist das hübsch. Zoe Barnes Adventures. Wunderbar. I was walking home when Sandy met me. He asked me where my house so he can give me all my presents. Schön, ja. Bringt man den Irren mit nach Hause. Wunderbar. I tell him now, I'm so excited. Ja, toll. Oh Gott, es gibt zu viele. Oh Gott, es gibt zu viele. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, das sind mal richtig pinke Schubladen. Was? Schubladen, ey. Schön. Sollten bei jedem irgendwie die Alarmserien angehen. Ach, das lag da drin, die Zeichnung. Ja, ja. Socke Nummer eins. Wunderbar. Das ist ja toll. Ich will. Mach doch zu. Ich. Mach doch. Es ist schön, wenn die Zwangsneuerhose klingt, Alter. Warte, warte. Krieg ich. Draw. Draw. Ich. Nein. Nein. Kids. Try this at home. Clean up your rooms. Ich will doch. Kann ich mich. Ich will die letzte Schublade öffnen. Die ist schon offen. Wie? Die ist schon offen. Ach nee. Achso. Achso. Ich will aber nicht View Drawing haben. Ich will hier. Ah. Now it's open. Ist da noch ne Socke drin? Ich will doch nur wissen, ob da noch ne Socke drin ist. Oh, jetzt. Jetzt krieg ich das. Nein. Kann ich das hier wieder zu machen? Nein. Dann bleibt's mal offen. Ah, wunderbar. Aber es ist keine Socke drin. So, jetzt krieg ich die jetzt wieder zu. Ach, leck mich. So. Ja. Today I found a warm out school. I picked it up and I was wet and squashy. That he used to tell me. Worms are not cross and they are friendly. Klar. Wie fehlt mir nicht, wo das hingeht. Irgendwie. Also, oder? Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch. So, was könnt ihr da? Warte mal. Können wir in den Schrank? In den Wandschrank? Ach, da ist ein Schrank? Er ist doch Schrank. Es ist keine rosa Wand. Kann ich? Kann ich nicht? Ich kann aber auch hier nichts rum. F to drop. Ich will's droppen. Ich glaube, die... Oh. Aber es ist... Woanders hinpacken. Also ne... Oder auch nicht. Sideboard hat sich ein bisschen angetan. Oder? Ja, aber... Wo ist jetzt die Socke? Ich hab jetzt auch noch... Häh... Häh?! Ui, du Senti. Hallo! Schön, dass wir Senti erzählt haben, wo wir wohnt. Ganz toll. Haben wir die Socke jetzt eingepackt? Ach, ne? Sie liegt unterm... Unterm Schrank. Also, falls ihr jetzt einfach nur gedacht habt, irgendwie, dass Benni die Schubladen schließen möchte, weil er halt ein echt ordentlicher Typ ist. Nein! Jetzt wird's einfach schön. Drei Ufi macht und die Socke unter das Ding geschmissen. Ja, aber vor allen Dingen, ich will jetzt da ran, um die... Oh, oh, wait, wait. Ah, wunderbar. Aber es sind ja zwei. Okay, ich hätte gedacht, wir haben jetzt nur eine gezogen. Ah, okay, cool. Dann lass uns die doch mal unter den Weihnachtsbaum legen. Okay. Da vorne leuchtet auch noch was. Ist das ein Glöckchen? Ist das ein Glöckchen? Können wir hier einfach mal Licht anmachen? Ah, und da sieht schon ein Glas stehen. Vielleicht für die Milch? Ich... Ich brauche Milch. Ich brauche Milch. Hm, okay, gut. Und das ist der Christmas tree? Wollen wir das da hinlegen? Super! So zieht jeder Kerl einfach seine Socken aus, irgendwo wo er ist, so eh weg. Schön. Ach, hier, guck mal, da... Müssen da die Socken drin? Oder wollen wir da irgendwie... Senty. Ja, das ist ja eigentlich irgendwie was, was too sandy gehört. Also, sollen wir da die Milch reinschmeißen, ja, oder was? Vielleicht? Okay. Vielleicht. So, dann machen wir das mal. Ich dachte, das gehört jetzt okay. Passt. Also, I need Milch. Milch haben wir ja wahrscheinlich eher im Kühlschrank. Ja, würde ich mal sagen. Da, ich... Nichts zu übersehen. Blau, Milch. Hm, schön. So, kann ich die jetzt hier wieder reinstellen? Bisschen Mau der Kühlschrank irgendwie. Passt. Passt. Ah, schön. Na. Wollen wir so noch warm machen? Hey, nicht schlecht. Na, stand auf der Liste. Ach so. So, Cookie Mix. It's in the Cookie Mix. Then drop it like it's heart. Boah, Milch. Candy Cane. Bell and Socks. Also, es muss alles da rein. Ach so, ich muss das jetzt hier in die hier packen, oder? Alles rein da, genau, richtig. I just need five more items. Na denn? Also, dann haben wir unsere Socken hier. Hinein mit den Socken. Da, 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 da. Ich kann die wieder nur von der einen Seite hier. Ja, schön in die warme Milch. Okay. Das, liebe Freunde, das ist der Grund, warum Benni immer als Letzter im Sport gewählt wurde. Er steht vor uns. Daneben, verdammt. Schön. Sorry, Benni. Alles gut. Cookies, aber ist doch hier richtig, oder? Cookie Mix? Na, aber müssen wir vielleicht die Cookies erstmal auf'n... Nee, ich glaube, wir müssen die auf'n Teller oder sowas machen. Och, Menno! Ja, das ist ja... Da muss ja ordentlich da gereicht werden, ne? Kann ich nicht. Na, vielleicht ist es noch nicht die Schale, wenn es eine Kaine, bitte. Äh, liegt hier vorne was? Ja, genau, hier ist nur... Zeitung einwickeln. Ich brauche einen Tray. Okay, wir müssen die Dinger erst backen. Alter! Okay. Ach da! Ich würde... Was? Ich würde die Dinger erst benutzen. Äh, okay. Schade. Ist das hier nicht? Eine Dinger? Würde ich jetzt auch sagen, dass es eine Dinger ist, aber vielleicht finden wir die Dinger ja noch im Schrank. Wir können aber keinen Schrank öffnen. Oh je, ne, ich kann mal nicht. Ah, schade. Nee. Kann ich den jetzt hier einfach... Ich würde die Dinger erst benutzen. Das ist doch... Ja. Sollen wir vielleicht... Passt. Ähm. Also wenn wir die backen sollen, brauchen wir auch Milch, ne? Ach so, warte mal. Ein Candle... Ey, jetzt weiß ich was der damit meint. Na, die tock den hier. Und die Socken liegen... Liegen die noch daneben? Aber die sind... Ja, nee, die sind... Doch, die Socken liegen noch daneben, ne? Jo. Aber die zählen halt. Aber ich kann das hier nicht rein droppen. Drop it. Drop it like it's hot. Sehr schön. Ein... Eine Sache mehr. Hä? Durfte eigentlich nicht. Weil die Cookies sind noch nicht drin. Nee. Also ich... Ich nehm gerne die Bellen. Mach mal die Glocke. Schauen wir mal. So, Hells Bells. Let's do it. Was ist das nicht immer für ein komischer Sound, der hier läuft, wenn du läufst? Ich weiß nicht, ob das meine Fußdinger sind? Wo muss ich denn? That should be all of it. Please be okay. Aber war noch nicht all of it. Nee. So, welcher Tag? Zwei Stunden später. Two hours later. Zoe, is that you? Also. Wir fragen als Zoe, is that you? Oh. I present it. Weiß nicht. Achso. Hä? Warum sind wir jetzt in einem anderen Zimmer? Nee, wir sind in unser Zimmer. Stimmt. Stimmt. Richtig. Ich will sich ja vorher einfach nur überlaufen. Oh Gott. Naughty Ending. Okay. Okay. Cool. Ja. War kurz, knapp und knackig. Sandy goes home. Santa comes home. Sandy? Nee, war immer. Wie heißt der Ding? Sandy comes home? Sandy. Sandy. Sandy comes home. Ja, war ein schönes, kurzes, knappes Spiel. Lasst uns gerne wissen, ob ihr auch Angst vor dem Sandy habt in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einem neuen Projekt. Bis dahin sagen wir es mal. Tschüss. Sandy goes home. Tschüss. Tschüss.